Guten Morgen! Ich bin heute in Heidelberg und ich habe hier schon etliche Videos gesehen in den letzten Jahren und deswegen werde ich mal schauen was es hier so an Trails gibt und was ich finde. Es hat die ganze Nacht geregnet also wird richtig nass sein, aber jetzt hat sogar mal kurz die Sonne raus geschaut. Let's go, auf zu den Trails. Bin gespannt. Goodie, bin gespannt. Keine Ahnung was ich erwartet. Nur dass es irgendwie rutschig ist. Das ist so slippery. Alter, hier geht es unzählig in eins. Boah, es ist weit hier. Hier geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Goodie, next one. Let's try this. Goodie, 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 goodie. Goodie, goodie. Goodie, goodie. So, nächster Teil sieht super steil und loose aus. Schauen wir mal rein. Wow, loose reicht gar nicht. Alter. Oh, die Müller-Uni. Das ist nett. Das ist richtig. Juhu. Oho. 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 Wahnsinn. Sortele, back on top of the mountain. Let's see what we can find. Straight line. Boah, ist das auskommen. Oh, es geht ein straight durch. Shiverty shiver. Okay. Okay. Wait, ist das weg? Oh. 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 Oh, vorerst. Das ist schon crazy. Guten Morgen. Ja, ihr hört richtig, guten Morgen. Gestern bin ich dann zum Mittagessen zum Auto und danach hat es wieder nur geschüttet. Und auch die ganze Nacht durch. Aber jetzt soll es zwei Stunden trocken bleiben von oben. Es soll gerade ein bisschen Nieselregen, aber das geht schon. So dass ich noch mal ein Rindlein fahre. Schauen wir mal, was so geht. Let's go. Baustelle. Downhill Strecke gesperrt. Sabralot. Das ist ja blöd. Aber cool, dass die hier mit den ganzen Strecken klarkommen und dass das scheinbar kein Problem ist. Schöne Sache. So, dann. Ich habe jetzt nochmal hochgeschoben. Mittlerweile regnet es richtig. Ja, ich roll jetzt nochmal ein bisschen was ab. Und schaue einfach mal. Das ist echt wuchtig. Ich roll jetzt noch einmal die blaue ab. Mal schauen. Hoffentlich ein bisschen weniger sketchy als gerade eben. Und dann schaue ich mal zur Blackline rüber. Das ist Pumpe. Boah, ist das so gut. So. Lief doch schon besser. Geil. Alle drei Sprünge. Schön mitgenommen. Ja. Ja. Geil. Ja, Wollinger. Schöne Sache. Geil. Sehr cool. Schön. Das hat auch gebockt. Das ist jetzt eine mega geile Stimmung hier oben irgendwie. Der Regen, der Nebel. Sieht schon schick aus. Nur schwierig zu radeln. Hallo. Ruhe. Bitte. Aha! Wollen wir langsam durch hier. Sieht eigentlich easy aus hier. Jetzt schildert es richtig. Ich glaube nicht, dass das noch lange geht hier. Geil! Richtig schöner Sprung. Ok, der sieht auch nicht schwer aus. Wir brauchen nur den nötigen Schwung. Ja, zu kurz. Mit dem Hartel nicht so gut. Geht's dir gut? Klingt gut. Den mach ich nochmal. Jetzt regnet es so hart. Das lass ich lieber. Man muss ja nicht die Sicherheit aufs Spiel setzen. Schau nochmal hoch. Da ist noch irgendein grüner Trail. Vielleicht ist das noch was. Ansonsten war's das von Heidelberg. Ciao, ciao! Tschüss. 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 Tschüss.